Musik Wir Frauen, wir wurden für die Kinder und für den Haushalt gemacht. Du kannst dir nicht einreden, dass wir so einen Männerberuf machen. Na, was möchtest du mal werden? Ich möchte Polizistin werden, Omi. Was? Aber das können doch nur Männer werden. Frauen kümmern sich um den Haushalt und um die Kinder. Musik Musik Das war mein Kuscheltier. Nein, das ist meine Kuscheltier. Ach ja, und genau das kann ich sagen. Das ist meins. Nein, ich will damit spielen. Sag mal, geht's noch? Sarah, du kannst auch deine kleine Schwester nicht so anschreien. Du solltest doch ein Vorbild sein. Aber... Musik 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 Nein, in meinem Kopf geht das nicht auf. Doch, es ist erlaubt. Heutzutage ist es erlaubt. Nein. Hast du die gesehen? Ist das überhaupt erlaubt? Ach, Papa, die Zeiten haben sich geändert. Heutzutage ist es erlaubt. Die sollten sich mal einen Mann suchen. Musik Musik Wie kannst du es eigentlich warnen, deinem Kind so viel Geld zuzustecken? Du kannst mir gleich die... Papa, ich will shoppen gehen. Kriege ich Taschengeld? Aber natürlich. Hier sind 50 Euro. Also sage mal, wie kannst du deinem Kind so viel Geld in die Tasche stecken? Bei mir in meiner Zeit gab es das nicht. Da haben wir mal 50 Pfennig für ein Eis bekommen. Sie kann doch mit so viel Geld noch gar nicht umgehen. Aber Mutter, die Zeiten haben sich geändert. Hey, lasst uns ein Selfie machen. Familienfoto gefährlich. Musik 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 Musik